Feilt Ihnen die Zeit, um Ihrem Garten das besondere etwas zu verleihen? Oder benötigen Sie einen Winterdienst? Seit 1841 helfen wir von FM Bock Landschaftsbau Kunden in Frankfurt und Umgebung dabei, genau dies zu erreichen. Wir kümmern uns um die Gestaltung von Gärten, wir verlegen Rollrasen, bringen Zaunanlagen an oder pflastern neue Wege für Sie. Unser Team kennt sich mit den neuesten Trends aus und unterstützt Sie auch gerne bei allen Fragen rund um Pflanzen.